Wir haben hier einen Stiermastbetrieb mit ca. 200 Stier, mit 45 Hektar Ackerbau, wo schwerpunktmäßig eben für die eigene Futtermittelproduktion, sprich Silomais, Körnermais, Wintergerste und Winterweizen. Bei der Fütterung ist mir wichtig, dass die Energie und das Eiweiß, das Protein im richtigen Verhältnis miteinander sind, dass die Rohfaser genügend drinnen ist und dass genug Stroh drinnen ist, damit die Ration so verdauungsphysiologisch gerecht wie möglich ist. Nur ein gesundes Tier kann eine gute Leistung bringen und nur ein Tier, dem es gut geht, das Ganze in Leistung mehr oder weniger für den Bauern wertschätzt. Zu meinem Futter komme ich hauptsächlich vom eigenen Betrieb, das mir wichtig ist, dass ich das Futter selber erzeugen kann, damit ich weiß, was in den Druck kommt, damit ich selbst bestimmen kann, wie gesund das Futter ist. Bei der Maussorte grundsätzlich ist mir wichtig, dass Standort angepasst ist, dass es eine gute Jugendentwicklung hat, und dass, wenn es durch die Temperatur einmal zwickt im Frühling trotzdem eine gute Keimfähigkeit hat. Und letztendlich ist ganz wichtig im Herbst gerade beim Abreifeverhalten, dass wir ein langes Erntefenster, Stay Green, verhalten haben und letztendlich, dass die Erträge auch zum Boden und zur Region passen. Meine zwei Hauptsorten sind eben der Kallax und der Multiplex. Auf den eher sonnigeren, günstigeren, besseren Feldern wird der Kallax angesehen. Und da, wo es eher ein bisschen schattiger in Waldrandnähe ist, sind der Multiplex die Bevorzugten. Weil der Multiplex gerade in den schattigen Lagen ertragssicherer ist, seine Stärke besser ausspülen kann und der Kolbenertrag einfach der optimal ist und der Kallax einfach die Größe seiner Pflanzen mit dem Kolben auch in Gleichklang bringt. Sprich, dass die Energiedichte im Mais einfach optimal ist für die Fütterung in der Rindermost, damit ich genug Energie drinnen habe und letztendlich nur mit einem Eiweiß und nicht mehr mit Stärke die Ration aufteppen muss. Das ist die Dämpfe. 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 Das ist die Dämpfe.